Was ist die Sendung? Interessant ist, dass zum Beispiel in so Sendungen wie dem Dschungelcamp und so weiter sehr häufig ehemalige Stars eingeladen werden, die quasi ihre Prominenz wieder ankurbeln wollen, ihre schon verblassende Prominenz wieder ankurbeln wollen. Was haben die für einen Effekt? Sie werden für einen bestimmten Zeitraum von sehr vielen Menschen gesehen, können also so eine Art imaginäres Konto einrichten, auf dem Blicke eingezahlt werden. Und wenn Sie Glück haben, können Sie im Anschluss daran sozusagen dieses Blickekonto wieder in ein reales Eurokonto übersetzen, indem Sie zum Beispiel was verkaufen, was mit Ihnen zusammenhängt und was häufig gekauft wird, weil Sie eben gerade viel gesehen wurden. Das ist ein Effekt, der kann funktionieren, der kann sich natürlich auch sehr schnell verbrauchen. Das kann natürlich auch ein Flop werden, das lässt sich nicht so eindeutig und sicher garantieren. Nur gesehen zu werden allein erzeugt zwar Prominenz, aber es kann auch eine Prominenz sein, die rasch verblasst und vergeht. Man darf nicht vergessen, das Ganze kann auch unheimlich rasch in Peinlichkeit und in Gefährdung des Ansehens umschlagen.